Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video heute und heute sogar mal ein Farming-Guide, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Das heutige Ziel ist, wie farmen wir möglichst effektiv ungewöhnliche Münzen, diese neue Münzenart, die wir schon aus EOD kennen, die also neu aufgelegt wurde. Und ich will euch heute so ein bisschen zeigen, was ich dazu tue, wie viel so im Schnitt dabei rumspringt und im besten Fall auch natürlich am Ende, wo ihr die Truhen, um die es geht, heute zu finden habt. Schaut deshalb bitte am Ende vor allem immer den Weg euch an, den ich gehe. Das ist nur so eine kleine Empfehlung, ihr habt vielleicht auch einen schnelleren Weg dorthin. Und es gibt zwei, drei Spots, die sind ganz oben auf den Inseln im Himmelswacht-Archipel. Da einfach gucken, dass ihr den Weg geht, den ich euch schon, das seht ihr hier oben in der Infobox, den ich euch schon gezeigt habe, um entsprechend die Spots zu finden, wo es die Eier gibt oder diese Nester der Skyscale damals. Und ansonsten fangen wir jetzt direkt an einmal mit der Erklärung, was es eigentlich mit den ungewöhnlichen Münzen auf sich hat. Unser erstes Ziel bei der Jagd nach den ungewöhnlichen Münzen ist erstmal zu verstehen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und im Grunde ist das ungewöhnliche Münzensammeln nichts weiter als dieses ganz normale Sammeln von einem passiv sammelnden Gegenstand durch Truhen öffnen. Das heißt, ihr habt diese großen Essenztruhen, diese Astraltruhen, es gibt die kleinen Astraltruhen, es gibt die Truhe am Ende vom Chumming-Puzzle im entsprechenden Turm des Zauberers. Oder auch diese kleinen, ja, ich sage jetzt mal Schreinfuchstruhen, wenn man die so nennen kann, wo ihr diese Münzen rausbekommen könnt. Das Besondere an den Münzen, wir brauchen die Münzen in einer sehr hohen Zahl. Und zwar sind sie dafür da, dass wir vermutlich, wenn dann alle Patches draußen sind von Soto, einmal die legendäre Amor uns craften können. Woher diese Vermutung kommt, ist eigentlich ganz einfach. Der gute Lühr, den kann man hier gut sehen, der sich auch im Zaubererturm befindet. Mit der verkauft uns nämlich eine Gabe, die von uns einmal alle Kartenwährung, die wir bisher kennen, verlangt, und zwar 250 Stück. Plus ein Fragezeichen, das wird dann die Kartenwährung sein, der dritten Karte, die wir dazu bekommen. Und einmal 250 ungewöhnliche Münzen. Und wenn man diese Gabe der Beharrlichkeit sich einmal vorstellt als eine Gabe für ein Rüstungsteil, und wir erhöhen das natürlich jetzt um die 6 Stück, haben wir also für 6 Rüstungsteile 6x250 Münzen. Was wiederum für 2 Rüstungsteile natürlich entsprechend 12x250 Münzen macht. Und für alle legendären Rüstungsteile 18x250 Münzen. Wenn man jetzt in der Matte ein bisschen aufgepasst hat, kommt man vielleicht am Ende auf 4500 Münzen, die wir also vermutlich brauchen werden, um entsprechend die legendäre Amor zu craften im PvE, wenn man alle 3 Teile haben möchte. Das ist natürlich jetzt was sehr hypothetisches, denn es kann natürlich sein, dass vielleicht noch mehr Sachen dazukommen, die wir gar nicht kennen. Aber alle Fragezeichen in den Rezepten, die wir bisher bei Lühr kaufen können, die beziehen sich vermutlich auf die letzte Karte, also auf Währung, die es dort gibt. Das heißt, wenn wir das jetzt alles ein bisschen addieren, zusammenrechnen, ist es also am besten, man fängt frühzeitig an natürlich mit dem Sammeln dieser Münzen. Und deshalb zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz, welchen Weg ich deshalb als Farmingweg empfehle. Um diese Farmmethode wirklich effektiv zu spielen, brauchen wir natürlich auf jeden Fall einmal die Beherrschung, die ihr da auch kennt, vielleicht als Herz des Obskuren Forschung. Das heißt, da gibt es am Ende eine Forschung, die sich mit größeren astralen Schätzen beschäftigt. Davor gibt es noch zwei Stufen zurück, glaube ich. Die geringere astrale Schätze Forschung. Die größere astrale Schätze Forschung ist das, worauf wir abziehen, denn das brauchen wir, um effektiv zu farmen. Das heißt, wenn ihr das nicht habt, dann wird es ein bisschen schwierig. Wie das jetzt vonstatten geht, ist folgendermaßen. Wir fliegen also auf den zwei bisherigen Karten, das heißt einmal auf Amnitas und auf der Himmelswacht-Archipel-Karte, nicht Ward. Fliegen wir einfach umher und sammeln uns diese Truhen ein. Das heißt, wir haben am Tag, so ist der Stand der Sache zum Zeitpunkt des Videos. Das heißt, es kann sein, wenn ihr das jetzt hier gerade seht, in zwei, drei Wochen oder in einem Jahr, dass sich das verändert hat, dass wir zwölf Truhen am Tag aufmachen können. Ich für meinen Teil, weil ich nicht immer das Meta direkt schaffe, zeitlich mache am Anfang auf der ersten Map zehn Truhen auf und auf der zweiten Map eine Truhe, denn auf Amnitas, zum Zeitpunkt des Videos, ist es noch immer verbuggt und man kann auf der Karte nur maximal eine Truhe aufmachen, der Rest öffnet sich dann nicht mehr. Und wenn wir dann die Truhen aufmachen, da gibt es so ein kleines Minispiel, das seht ihr hier ganz kurz in einem kleinen Clip, da muss man also einfach ein paar Zahlen drücken. Bei den geringeren Schätzen ist es ein bisschen leichter, da muss man nur weniger drücken. Und nach diesem Minispiel kriegt man diesen Truheninhalt, da ist viel, viel Müll dabei, aber es geht vor allem hier um diese Münzen und die sind nach meiner Recherche auf jeden Fall nicht unter sieben, aber auch nicht über zehn, bei mir zumindest immer gespawnt. Das heißt, ich habe also immer mindestens sieben Münzen bekommen. Ich glaube sogar in einem Fall mal sechs Münzen, ansonsten aber sogar bis zu zehn Münzen in einer Truhe. Wenn ich also ganz, ganz viel Lack habe und wir gehen mal davon aus, ich habe also jetzt acht Münzen pro Truhe und ich mache am Tag zehn Truhen auf, habe ich also 80 Münzen am Tag. Das macht dann entsprechend natürlich einen ganzen Batzen auch aus, wenn ich am Tag, das jeden Tag der Woche mache. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da habe ich ein bisschen Privileg. Ich habe also genügend Charaktere, sodass ich praktisch elf Chars an elf verschiedenen Truhen stehen habe und diese elf Chars machen jeden Tag einfach mit dem Minispiel. Die drücken kurz F, machen das Minispiel, machen die Truhe auf und ich kriege die Münzen innerhalb von maximal fünf Minuten. Easy peasy. Es gibt so ein paar Besonderheiten, die ihr bitte beachten müsst. Das ist zum einen der Punkt, dass am Ende die Truhe, die ihr seht, auch jetzt bei mir im Video, die ich in Amnitas aufmache, die kann zufällig irgendwo auf diesem Ring spawnen, meistens vorne oder eben hinten, oben oder unten. Und es gibt eine Truhe, das seht ihr auch, da mache ich ein kleines Portal im Video. Da kann man oben links noch eine kleine Truhe spawnen. Die spawnt alle zwei Tage oder alle drei Tage dort oben, also eine geringere Schatztruhe. Dann kann man noch die Truhe holen auf der Ebene von den entsprechenden kleinen Fuchsgeistern. Und dann fliegt man einfach runter, macht die große Truhe auf und portet sich wieder hoch. Das heißt, für diesen einen Spot empfehle ich Messmer. Und wenn ihr das jeden Tag macht, habt ihr, glaube ich, so zumindest meinen Plan, den ich verfolge, einen sehr guten Vorbau, um wirklich auch hier sehr effektiv und schnell dann, wenn alle drei PvE-Legende an Rüstung auftauchen, die auch gut zu erfarmen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem kleinen Teil, bei dem ich zeige, wo die Truhen sind. Da rede ich nicht groß, es gibt einfach Musik dazu. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Macht's gut! Wir sehen uns in dem nächsten Video. 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 Wir sehen uns in dem nächsten Video.